As-salamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadiga. Die Deutsche Ami. Nein, Ägypten-Vlog-Familie. Komm, Mahmoud, komm, komm, komm. What is this for hearts? What? This was WhatsApp hearts. I have it in the video for all the people. This is your sin. Ach, der hat doch keine Herzen. Who should send you hearts, Mahmoud? Komm. Nichts falsches, Sachen zu denken. Für was? Guck mal, die Mutter, die trocknet Molochea. Ja. Und wir gehen jetzt zum Younes, Fußball gucken. Ist natürlich wieder voll spät dran, wir kriegen nur die halbe Stunde mit. Mal sehen, ob er heute wieder im Tor ist. Nee? Mit cooler Leid, ne? Outfit. Das Outfit. Bisschen glitzig schwitzi. Schwitzen tun wir sowieso. Ja, Labelle. Bevor Younes geboren wurde, war schon klar, der geht ins Fußball. Bevor Younes was born, you decide, your son go to the team. Football team. Und jetzt. Und Karate, das haben wir ja jetzt. Wir schicken ihn natürlich auch ins Fußball, damit er seine Power rausbringt. Haraka, Bewegung. Und was ist? Der steht immer im Tor, weil er so guter Torwart ist. Also ich hoffe, dass er heute spielt. Und im Tor schießt. Nicht da rumlungern im Tor. Boah, naja gut. Tja. Bis man hier reinkommt, da den alles erklärt, geht ja nicht zu Seara. Die wollten einen Eintritt von uns und ich sage, no. Wo sind die Kinder? Die sind doch große. Mahmoud. Also weiss. Mahmoud is a big children, a big boys. Other side. Komm schnell, sonst verpassen wir meinen Sohn. Mein Mann ist immer der Letzte und ich auf 180 will doch meinen Sohn spielen sehen. Den Junis. Also bis man den finden, ist das Spiel aus. Hier spielen die Großen heute und die spielen irgendwo da hinten. Oh ne. Der hat doch immer eine Stunde zu spielen. Ja, trotzdem. Hier ist ein Bodybuilding Center, erinnerst du dich? Ja. Tennisplatz, aber da spielt nie jemand Tennis. Guck mal, die kommen zurück. Ich hoffe nur, dass sie fertig sind. Oh mein Gott. How are you, Mahmoud? Du musst schnell laufen. Du kannst gar nicht abwarten. Hey, Nhi. Sag mal, wie viele Gruppen die sind. Mahmoud, I cannot walk here with my nice slicks. E, Talia, bohe hier, viel ne? Besser. Guck mal, hab doch mal auf in die Schuhe. Oh, kann doch da nicht. Late, I broke my legs. Ich hab doch mehr für als Licks. Ja, aber Turnschuhe ist was anderes. Oh, Baby. Die kleinen Fußballer. Wie die so süß. Vor allem mein Sohn, wenn der spielt, gell. Ich geh aufs Spielfeld und geb dem einen riesen Knutscher. Oder schrei ganz laut. Jo, Nis, Jo, Nis. So schön süg aus. Du, setz dich weit weg. Ich bin die verrückte Fußballmama. Wer ist das? Ich schrei dann nach dir. Komm zu mir. Wo, warum kommst du nicht? Hören Sie auf. Schämen Sie sich. Ich mach doch noch Spaß. Hey, der kleine Pupp sein weiß. Guck mal, mein Sohn. Hat er getroffen? Da ist er. Der sieht uns noch nicht. Komm, komm, komm. Mach Mut. Ja, Labina. Jetzt muss der wieder telefonieren, weißt du. Mach Mut. Also, weißt du, ich hasse das. Der wurde noch nicht mal angerufen. Der muss immer anrufen, Leute. Komm, wir gehen da hinten hin. Salamu alaikum. Guck mal hier. Die Ausländerin. Guck, der Jonas, da ist er. Doch, das ist er doch, Nummer 7. Misah. Wo da? Ich gucke mir den falschen an. Der Käpt'n hat gerade die Hand drauf. Ich dachte, der hat, guck mal, hat er uns gesehen? Jetzt schätzen die alle über uns, gell? Jalla. Die Mütter, die kommen auch und gucken. Darf mein Sohn jetzt? Sie üben, passen. Zeig ihnen, wenn es falsch passt, ist das Ganze ein Spielfeld. Dann ist das ganze Spiel kaputt. Der hat falsch gemacht. Du musst auf den Mann spielen, nicht daneben spielen, sagt er. Habe ich es richtig verstanden? Komm mal her, warum bist du so weit weg? Sagen Sie. Ja, damit ich viel besser filmen kann. Gell, der hat gesagt, du hast falsch gemacht. Du musst auf den Mann spielen, nicht daneben. Schrei mal, Jonas. Nein, soll ich schreien? Warum nicht? Dass er sieht, dass wir da sind. Gib doch dem Jonas den Ball. Also der Käpt'n. Der zeigt, wie das geht. Das ist der vier. Jetzt hat er ihn. Ja, ja, mach Tor jetzt. Scheißegal, was der Käpt'n sagt. Du rennst zum Tor und machst den Fuß. Jonas, mach Tor. Ich kann nicht mehr. Wie süß der ist. Guck mal, ein Süßer. Guck mal, der Witter. Guck mal, da, da, da. Der sieht uns nicht. Jonas! Jetzt freut er sich. Guck mal, der Bibi. Jetzt spielt er extra gut. Komm, komm, komm. Ich schäme mich nicht, mein Sohn zu rufen. Sag mal. Er soll doch sehen, wir sind da. Dann freut er sich. Guck mal, der ist nämlich gut im Fußball. Der hat Gefühl in den Füßen. Das ist der nächste Yunus Salah. Das Gefühl, was der hat. Haia, haia, haia. Das liegt im Blut. Mein Bruder konnte auch gut spielen. Ich habe auch Fußball gespielt. Und mein Vater. Und mein Mann sowieso. Der hat Fußball-Gene. Komm, spiel jetzt. Guck mal. Yes. Guck mal, hier trainieren wir mal kurz. Eins. Guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf Mannschaften. Sag, haben Sie ein Team. Handball? Nee, ist kein Handball. Alles nach dem Ding. 2014 ist jetzt hier. Ne, geboren. Das geht nach dem Alter. Oh, der sieht aber aus wie, der sieht doch aus wie der Bierhoff, der Trainer. Siehst du, Bierhoff, ägyptische. Jetzt haben wir ihn da. Guck mal, die Purzels. Guck mal. Ja, ich dachte, ich hätte das schon. Das könnte auch sein. Der hat doch auch Hyperaktivität. Guck mal, der schreit ihn schon an. Aufpassen. Guck mal, die sind vier, glaube ich. Die sehen aus wie vier, fünf. Die kleinen Pupser. Die sind süß. Und diese sind, look, diese kleinen Pupser, die sind noch kleiner. Die sind so goldig hier, Leute. Wenn die so kleine spielen. Guck mal, wie die rennen. Guck, die kleinen Mäuse. Tick, 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 tick. Wer weiß, wer hier als nächster in 20 Jahren da auf der Tribüne der Welt spielt. Allahu Allem. I say to him, don't listen to the teacher. Go to the goal and make a goal. Put the ball in the... Don't listen. Schieß ein Tor jetzt. Für uns. Jalla, schieß ein Tor. Egal, was der Trainer sagt. Das macht der Ine, der schämt sich. Überleg mal, das sagt deine Mutter in Deutschland zum Ding. Das ist wohl witzig. Ah ja, gut, die verstehen das ja nicht, was ich sag. Ach ja, ist das schön. Der kleine und schön windig hier machen. Nein, it's not hot. Nein. Das ist ein Schager. Schager. We take all the monkey and my animals in this flat. Da ist eine Wohnung frei, sagt er, nehmen wir alle Tiere mit. Guck mal, wie die zusammenkick, tick, tick, tick. Yalla, hug. Wah. Sweetie. Das erste Mal das Training hat der Younes einen Freund gehabt. Und der war immer neben ihm. Ekele und fischwäis. What do they say? Schlechte Arbeit, ihr Männer. Schlechte Arbeit, ihr Männer, sagt der Trainer. Na, der Jogi Löw, der ägyptische. Der ist ja Jogi Löw. International Trainer von Germany. Aha, geht voll ab. Der ägyptische. Aha, aha, aha. Da hinten spielt der Matthäus. Ich seh schon. Besser, besser, ja. Quais, quais. Der Jonas mit seinem deutschen Trikot. Gut, gut. Quais, quais, sagt er. Yalla, bravo, gell? Gut gemacht, Männer. Bravo, Männer. Männer, Männer. Was hat denn jetzt der? Hei, der neischtes Süß. Schöne Bälle haben die. Nice balls, ha? Hier. You are not bad here, ha? Komm, ich spiel auch mit. FIFA, come on. Ist doch von Deutschland in die Dinger. Habt ihr die Cloud? Die ist die Stealig von Germany, you know. I am pregnant in the five months, you forget. Make yourself pregnant. You are not so brave, huh? You give him the medicine today? Or not yet. I was beside you, before we eat the shakshuka. Hast du sein Gesicht gesehen, als wir, 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 als wir uns gekommen sind. Ja, und er hat sich voll gefreut. Die Sonne in seinem Gesicht ist aufgegangen, dass wir gekommen sind. und er hat richtig gewunken, ganz lange. Hallo. Es ist ja cool, gell? Jetzt winkt er der Mama nicht zurück, ist ja klar. Ja, ist ja gut, macht er mit dem Kopf. Ich wink. Hallo. Ich wink jetzt so oft. Die verrückte Deutsche. Dann will er nämlich nie wieder, dann will er nämlich nie wieder, dass ich komme. Ein guter Trick. Hallo. Ich habe keine Zeit, das immer zu machen. Guck mal. Das rettet sich oft. Ich bin schon. Ist okay, ich höre auf. Ah ja. So. Soll ich mir Knutschi rüberwerfen? Der Süße, der kennt mich nicht. Ja, jalla. Ach so, einmal umdrehen und dann hier den Ball nehmen. Guck mal, das hat er kapiert. Super. Schnell. Nicht gegeneinander. Aufstehen, Kerle. Weiterspiele. Kämpf, kämpf, kämpf. Wie im Krieg. Jalla, jalla, jalla. Super, super. Was? Was? Was, Feen? Ich schreie nicht mit meinem Sohn, gell? Ich komme gleich nach. Don't scream with my son. You hear it? Eda. Sag mal. Ich mache nur Spaß, Leute, gell? Zum Lachen. Das mal ein bisschen was zum Lachen. Der kann ruhig schreien. Solange er nicht schlägt, ist alles gut. Maybe he is good playing because he knows his name. Are you? Sir? Kann be. Because he has many children. He should know the names from all the children. This is the team. Samal. Team only 35, 6. But he's playing like 4, 50. Or Yunus, he asking me a question that he knows his name. A kid Yunus is good. Look, Yunus is full busy. Yeah, yeah, yeah. Er nimmt das sehr ernst, die Sache. Genau, genau, genau. Weiter, weiter, weiter. Gut so. Na gut, meine Lieben, das war's. Jetzt laden wir meinen Mann uns ein. Ich wollte eigentlich Hauauashi essen gehen, aber Madame hat umentschieden. Die will Eier mit Kohl essen in dem Restaurant. Wann machen wir das? Sagt mir Yunus gar nichts über Hauauashi. Gehen wir nur zu dem Restaurant. Ich will Adam have time. At the end of the month. Blashi loves this more. She don't like Hauauashi. This, she likes more. And after this we go to Islam to bring this for... Ich will vier Buchsbäume holen für den Swimmingpool. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Also ich, I will sit down now. It's enough. We make enough video. Close it a la kidda. Das ist das... Guck mal, ist der gut. Mein Sohn ist ein Superfußballer. Guck. Der ist aber wirklich gut. Oder sehe ich das nur so? Guck mal, die anderen. Die schlafen doch ein beim Geschäft. Der nett. Der ist super. Der ist immer in Bewegung, der Kerle. Fertig? Finish? They make a game now. Must be. Wo ist denn jetzt der Jonas? Oh, der ist beim Trainer. Komm. Was schwätzt ihr da? They make a match. You hear it? Jetzt spielen die ein Spiel. Okay. Komm, wir setzen uns. Ajo, Ajo, Ajo. Guck mal, da, da, da. Der guckt immer auf meinen Sohn. Sie ist der Trainer. You see the trainer. All the two eyes on my son. He push him to the good player. Was so Mutter, sie denkt am Fußballplatz. Sprech ich gerade aus, gell? Ja, ja, ja. Der kriegt leider Vertrag, du. Juventus Turin wartet. But we are staying in Egypt. Ehrli, Wallaz-Amalik, what do you prefer? Huh? Don't play football, where you want to bring him. Madrid? Liverpool. Manchester? Juventus? Vielleicht ist er der nicht die Christiane. Bayern München, vielleicht, huh? Ha, ja, ja, ja. Deutsch kann er ja, gell? Der Jogi Löw nimmt das so ernst hier, das Ding. Der Matthäus ist dahinter noch voll am... Matthäus. Wie sie trippeln, gell? Dick, 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 so süß. Da ist einer, der hat kein Lust zum Spielen, aber ich zeig's euch nicht. Ist blöd, wenn wir über den reden. Der macht halt, gell? Weil die Mutter zuklotzt. Ja, Jonas, guck mal. Super, super. Mahmoud, he's dancing with the ball, your son. Look, look, look. It's like, super. He bring it back and tack. Chick. Aywa, look. And he lift it up. Der hat den grad gelupfte Ball. Der hat so einfach geschossen wie jeder. Der lupfte ihn auch hoch. Aywa, you see? Something. Yes. Hallo. Immer winken. Winken. We will see if he asks if you should come again. And when it's finished, I will hug him and say, wow, you're a so good player and kiss him till death. And he never asked me back to come. Fuck. Der war heute, wenn du heute nicht kommst, Mama. Sag ich, oh man, ich bin doch so müd. Na ja, gut, jetzt haben wir geduscht. Und fertig. Beste Klamotten anzogen für den Sohn. Und jetzt klotzen wir da. Der muss raus. Rote Karte, weg da. Gell? We get the red card, raus. Raus, barra, barra. What is this? Beat him, beat him. Aywa, aywa. Eh das letzte. Ach so, die Spie... Hallo. Immer schön winken. Habi, wie mein Schatz. Der ist so süß. Der ist die Mutter von Jungen. Von welchem Jungen? Der war rausgegangen. Ah ja, gut. Lass sie. Ines. Für er. I don't see him fighting. He fight? With which boy behind him? Just with the red? What was? Was nothing, Mahmoud. This boy, he put his hand in his bobo. This is why you saw it? Always the other. Not my son, Mahmoud. Not my son is wrong. The other. He put his hand in his bobo. By mistake. And Eunice don't like to get pushed like he do now. But this is the training, I think. Übrigens, ich war ja mit ihm, war das gestern, die Doktora? Da waren wir gestern bei der Doktora, wo er immer Stunde hat und haben mit ihr gesprochen. Sie hat gesagt, er hat sich sehr verbessert. Na, wir haben ja jetzt auch ein Punktesystem, jeden Tag Koran. Was er halt, er darf nicht mehr, er muss unter 20 Pfund bleiben, wenn er was kauft beim Supermarkt. Süßigkeiten, davon hat man so viel Essen, also unter 20 Pfund, beten und die Mama nicht. Und niemanden beleidigen, besonders die Mama nicht. Also die drei Punkte hat er jeden Tag geschafft, aber mit der Mama hat es nicht geklappt, nicht einen Tag. Also er hat immer noch Probleme mit dem Beleidigen. Der sagt dann Schimpfwörter zu uns und das muss er sich noch kontrollieren. Ich habe sie mal gefragt, ob man, kann es sein, dass er einen Tick hat von OCD, so eine Zwangsstörung, aber dann sagt sie nicht, überhaupt nicht. Jetzt muss er Kopfbälle machen. Ja, du, das ist schon. Geh weg, du, also Jogi Löw. Tauschen, sagt er, Reha, Reha, oder? Wechsel. Der muss aufs Klo, der Kerle. Mach fertig, sonst macht er einen Toast. Guck mal, der will den Ball, aber Jonas will... Guck mal. Die zwei mögen sich echt nicht, zah. Guck mal, jetzt schwätzt er mit dem was. Ja, tauschen mal die Männer da. Sie singen. Sicher ist das Problem nicht geklärt. Einfach genommen, hingestellt, weiter geht's. Öfter, öfter. Ach, sonst. Hä? Ebda. Was heißt Start? Ebda. Loslegen heißt es. Ebda, Ebda. Boah, das war ein guter Kopfball, Kerle. Wo ist mein Sohn? Der wartet immer noch auf den Kopf. Der steht in der Linie. Mhm. Naja, Leute, langweilig, langweilig ist das. Die sind nur am Streiten hier, die Kerle. Die streiten mehr als sie spielen. Also, wo ist Jonas jetzt vor lauter? Der steht immer noch. Der hat schon. Was sagt er, Bediq? Mit diesem. Oh, das können die gut, siehst du? Nein, das war nicht so. Manisch. Nächstes Mal besser. Ich kann auch trainieren. So ist es super. Der kann das gut, der Kerle. Maschallallah. Okay, jetzt. Was macht der Jonas mit seiner Locke? Hallo. Da ist Jonas. Hallo. Immer winken. Schön winken. Ich habe voll Hunger, alle Fikra. Ich bin im fünften Monat. Nur Spaß, Kinder. Was ist jetzt los? Das ist so süß, wenn er zu den Kindern Männer sagt. Nicht Jungs, Männer. Regale. Ich spiele aber auch richtig aggressiv da, gell? Super. Ja, der Jonas hat sich durchgesetzt. Weg mit denen. Genau, jetzt spiel du mal. Super. Weg mit denen. Komm, 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 Jonas. Oh, Bibi. Es war zu hoch, Junge. Juni, es will nicht zu hoch schmeißen. Zu tief. Scheiße. Der war gut. Ich spiele hier aber auch keinen Handball, gell? Das ist... Mit dem Fuss kann er es besser. Also, Mannschaftsspiele ist schon gut für hyperaktive Kinder, gell? Haben Sie schon wieder gestritten? Ich gucke nur einen Jonas an. Ja, der... Mich schrappst alle, er passt den immer an. Heiser gesagt. Der hat den Ball zu stark und er hat Angst, dass der Ball in sein Gesicht geht. Denn er hat keine Angst zu haben. Guck mal, jetzt streiten die. Geh weg. Guck mal. Super. Der kommt einfach und nimmt dem Yunis den Ball weg. Eter, mach Mut. Go. He come and take the ball from Yunis away. Look. Eter. Ja, der hat sich nämlich gerade beschwert wegen Yunis. Dabei hat der Trainer dem Yunis gesagt, du sollst so machen. Jetzt hat er selber gesagt, spiel da hinten und halt der Klapp. Also, nee. Der Yunis hält sich... Jetzt ist fertig, oder? I will take him, so that he go. Not sure. Not? We play till the end, Mahmoud. Why you have appointment in the night with somebody? In WhatsApp. Open the WhatsApp. What was his heart? Also bitte. Der hat auch herzen nahig geschrieben. Don't tell me you send something for your wife. Never. Never. Wir gleich schütteln den Kopf, der Kerle. Ach, Mann. Ach, I see just this. And what is this here? For who? Sheik Talat. Sheik Talat. You sent him hearts, not it was the option, Mash. Give him the WhatsApp that you send these people. Yeah, sah, sah. You send the paper, send it back. Ich schick's dann weiter. What do you send it back? Send it for me in WhatsApp and I send it to this woman in Messenger. Ich habe einen Fehler gemacht in der Dorfpatenschaft und das haben wir gerade jetzt, das ist im arabischen Zettel, den schicke ich jetzt weiter. Her husband can read Arabic. Or maybe she also, I don't know. What she wants. What? Pause or what? Oh, the sporty sitting fan. Wie sitzt man sportlich, sagt der Trainer. Alle setzen sich sportlich hin. Hände auf die Knie. Und jetzt tun sie Torschießen machen. Jeder ein Mal oder was? And why they must sit now? I don't, this I don't understand. And then he go home. Der will drankommen, weil die warten auf ihn, gell? Dass er heim geht. Der will sich vordrängeln, dass er nicht warten muss. Guck mal. Das ist ein ganz, guck mal, das dauert ewig, bis der Kerl, die brauchen ein Netz da. Mahmoud, I want, la la la. I want Eunice to see how he played his goal. Sag mal. But where he is now. Glaubst du, dass ich sehe den Eunice? Ah! Halas. Na gut. Jetzt muss der Eunice kommen. Guck mal, mein Mann. Mit elektrischem Zigarette geht er noch. Komm, ich mach jetzt mal her. Der guckt sie raus. Jalla. 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 Was sagst du ihm? Ich sag ihm nicht. Ich hoffe, dass du ihm nicht Geld gibst. Bist du verrückt? Bist du spinnst du? Jetzt kommen alle Frauen und sagen... Die sind unheflich, gell? Wir müssen gehen, wir müssen gehen, gell? Das war ein guter Schuss von dem Kerle, der mit dem Juni streitet. Ich sag der Mutter, bleib Bescheid, lass meinen Sohn in Ruhe. Doch, das ist der. Wir kennen den an der Frisur. Oh, super Torwart. Jetzt hast du es gemacht. Hey, wieso kriegst du keine... Du musst mehr Power dahinter haben. Darf der nochmal schießen? Ja, hat falsch geschossen, aber... Haben die normale Sportschuhe, oder haben die so Fußballschuhe? Guck mal, richtige Fußballschuhe? Alle? Oh mein Sohn nicht. Ach was, der hat doch auch keine. Mahmood, ihr braucht Fußballschuhe, du siehst? Wir sind nur die Paare in dieser Gruppe. Wir haben die Fußballschuhe. Wir haben keine. Wir haben keine. Wir haben keine. Nein, Mahmood. Mit dieser Schuhe. Die Schuhe. Die Schuhe. Die Schuhe. Wir haben nur die Paare. Wir können auch die Paare bringen. Wir können auch die Paare bringen. Mahmood. Mahmood. Gut, 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 gut. Gut. He don't listen for you, you see. Schrei McDonalds. Dann kommt er schneller. Jallah, jallah. Jallah, jallah. Gumm. 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 Steh auf. Der schäbt sich der Juh. Der steht nicht auf. Heidenei. Gumm. Gumm. laufend jetzt ein tor schießt vor und du mein knapp vorbei jalla bühne bravo jones jalla hat sich geschämt dass ich so gewunken habe ich halte ich habe schon gesehen das ist am knick kobe der arme der arme steht durch dich trägt den rucksack hast dich geschämt dass ich so gewunken habe gar nicht verdammt die don't feel shame that i make this hi hi so i come every time ja oha mein plan war ich wicke so oft dass du sagst mama komm nicht mehr kleiner witz ich fand es so süß bist du hübsch jones wenn du das spielst und der eine junge da gell der hat sich immer geärgert der wollte immer vor und der braucht spikes drunter richtig und du kannst so trippeln wie die richtigen fußballer jetzt laden wir weil du so gut gespielt hast gehen wir jetzt nach nach hamadi und gehen fußballer essen und und ächsen ja der wo so lecker schmeckt mit eier und salat der beste der beste die sind noch gut die will wo sind die bananen wo sind die bananen ich habe gedacht der ball war vorbei aber der junge sagt nee das war ein tor also entschuldigung der sagt fast vorbei ich habe alles auf kamera ich habe nur ich habe es noch nicht auf den net gesehen hätte ich noch lauter schrien rechts rechts füßler und rechts händer was wir brauchen bald fußballschuhe wie die anderen jetzt mit spikes ja wie mein süßer maschala sehr gut sehr sehr gut ich bin sehr stolz auf dich nur das ist halt immer bissel weiter her zu kommen ja eine halbe stunde herfahren halbe stunde zurück naja gut hier ist die sport area wenn du dann mal reich bist und dann im fußball das gibt schon alles zurück das benzingeld geld geld ich weiß wie viel geld die kleinen mit dem schwarzen das ist nicht echt guck mal jetzt kommt gleich ein auto vorbei so kleine können keine ja ne der holz auto sagt er tammam guck mal was die jetzt machen ja karate geht hallo bye bye na so ein untergang sehr schön maschala waha ein tisch für dich alleine ja wir bringen die sachen von draußen hier kann schnur leitungswasser bekommen und der hat guck mal der macht so gute geschäfte der hat neue stühle machmuth i need also such chairs aski minnen how much one so full it's really super gemütlich und heavy also not and it's not broken fast for the big bobo we can eat more we can eat more than so guck mal hier wir waren abends noch nie hier guck mal hier wir waren abends noch nie hier haja ich hab so hunger na mein kleiner maradona jones maradona maradona ist gestorben wuhm echt mag wuhm 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 Guck mal hier, pass auf, pass auf, pass auf, es sind wieder Rumors, Gerüchte, Braha Braha, Mausi isst nur Eier, verglaub ich fast, Eier und Eier, wo ist dein Fuhl? Die haben hier drei, Eier, okay. Lecker schmecker, Bismillah, ne, Jonas, äh, Amina, äh, Jonas, äh, Amina, es war lecker? Kannst du dich noch bewegen? Ja. Also, fertig, Maschallallah, also haben sieben Portionen bestellt, ne? Genau das habe ich gedacht, heute schütte ich meine Cola um, deswegen halte ich es fest, dass der Tisch nicht wackelt und selber schütte ich es um. Ich habe das gemacht, sieben Deckel. Siebzehn Teller sind leer. Siebzehn Teller? So! Sabbertasche, Sabbertasche. Ja, du kriegst ja, du kriegst ja vier Stück mit Salat, Zwiebel. Na dumm, Ani. Also ich habe, glaube, drei oder vier, vier, I think I eat four Tabber. Four times full. Vier solche kleinen Dinge, ich bin ja richtig satt. Ich bin doch schwanger, gell? Nein, klar nicht. Kleiner Spaß. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich brauche nix mehr, jetzt kann ich keine Boxbäume. Leave the plants. Anyway, it's closed. Ich habe keine mehr. So viel Zwiebel und Fuhl und Eier, also bin so vollgestoppt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Also, das war's mit dem Video. Man nimmt sich immer so viel vor, gell? Und dann nix. Ja. Also, schöne Stühle hat er auf jeden Fall. Also. 75 Pfund hat es gekostet. Was? Really? Ja. 75 Pfund hat es gekostet. 17 leere Teller. Boah. Eine Portion hat, äh, und hat ein Salat, ein Ei und Fuhl und Zwiebel. Pro Person kriegst du vier Teller. Maschallah. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Das ist übrigens der Younes-Supermarkt. Hier. Supermarkt Younes. Oder? How are you? Yeah, that's the way. Okay. Das war's mit dem Video. Bis die Tage, mach's immer. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.